Ich bin Sina Kröle, ich bin 16 Jahre alt, spiele für den FC 090 seit dieser Saison. Meine Position ist das zentrale Mittelfeld oder Abwehr. Ich habe davor beim TSV Neckar Typing gespielt und meine persönlichen Ziele sind, verletzungsfrei durch die Saison zu gehen und dass ich mich immer ein bisschen wieder steigern kann.